Ja, ich freue mich sehr über das klare Votnum der Linken. Ich freue mich insbesondere darüber, dass nun eindeutig alle drei Parteien, die mich damals bei der Wahl 2006 unterstützt haben, jetzt sich dazu bekannt haben, diese erfolgreiche Politik fortzusetzen. Es wird mit Sicherheit kein Spaziergang werden, aber ich setze darauf, dass wir gemeinsam die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass es für Gera eine riesige Chance ist, wenn all dieses, was wir jetzt angepackt haben in den vergangenen Jahren, jetzt konsequent fortgesetzt werden kann.